Das Hören heute ist ein Hören, das sehr, sehr, sehr nah dem ist, wie ich als hörende Person gehört habe. Ich kann mit fast allen Telefonen sehr gut telefonieren. Da bin ich selbst immer beeindruckt von, auch mit Handy, auch in Situationen, wo Störlärm vorhanden ist. Ich kann Musik hören, ich kann meinen Beruf wieder ausüben, ich kann eigentlich ganz normal am Leben teilnehmen haben, wie ich das auch als Hörende konnte. Es gibt sicherlich Einschränkungen, das heißt, wenn Störlärm da ist, dann ist das Hören mit Cochlea-Implantat sicherlich ähnlich dem eines Schwerhörigen, so würde ich das beschreiben wollen. Aber im Grunde ist eigentlich das Leben für mich wieder so fast, wie es früher war. Ich würde mich auf jeden Fall jederzeit wieder für eine Cochlea-Implantation entscheiden. Das ist für mich etwas, was, es ist eine solche wichtige Entscheidung gewesen, die meinem Leben nach der Ertaubung ganz, ganz viel Sinn gegeben hat. Und ich konnte alles das wieder aufnehmen, was ich auch als Hörende vorher gekannt habe. Also jederzeit wieder, ja. Also jederzeit wieder, ja.